Grüß dich! Ich bin Raphael Bär, bin 22 Jahre alt und komme aus Kurtatsch. Ich schaffe von klein auf und meine Landwirtschaft wohl schon interessiert. Aufgewachsen bin ich auf dem elterlichen Betrieb mit Obst und Weinbau. Schnell war klar, dass ich einmal eine Landwirtschaftliche Oberschule besucht habe. Nach Obst aus meiner Schulkarriere habe ich die Arbeit von Südtirolern Beratungsringen als Weinbauberater aufgenommen. Ein Vereinsleben hat mich schon begeistert und deswegen bin ich auch seit klein bei den verschiedenen Vereinen in der Auftätigung gewesen. 2016 bin ich zum ersten Mal im Ortsausschuss der Ortsgruppe Kurtatsch einweg geworden und in den ersten zwei Jahren als Kassierer mitwirken dürfen. Seit 2018 darf ich den Bauern der Ortsgruppe Kurtatsch als Obmann vorstellen. Mir ist die Weitergabe von Brauchtum und Tradition einer modernen und zukunftsorientierten Gesellschaft noch wichtig. Der rege Austausch und die Diskussion einer geselliger Runde und der Zusammenhalt bei der Bauernjugend zwischen Basis und Spitze liegt mir am Herzen. Die Südtirolern Landwirtschaft und die Bauernjugend ist für mich eine Herzensangelegenheit und deswegen kandidiere ich bei den heutigen Wahlen als Landesaugmann. Ich bitte um eure Unterstützung und mich auch zufrieden, wenn ihr in den nächsten zwei Jahren für euch arbeiten dürft. Fugger ist gut. Ja. 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 Ja.